Typ, typisch, endlich. Ich switche die Sachen einfach selber. Bei den Granatohrringen muss man sagen, das Abben ist eigentlich nicht das Problem. Die ganzen Abmaterialien und so habe ich alle da. Beim Switchen ist das Ziel, 10HM oder 15 Pfeile zu bekommen. Für die Grotte ist halt, für G3 am wichtigsten, Pfeile ausweichen, Pfeil DEV und Halbmenschen. Wenn ich auch nur eins von den Sachen reinbekommen würde, wäre ich schon glücklich. Wir haben erstmal angefangen, ganz, ganz wenig zu bonieren. Haben dann schon mal die Segis und so weiter drüber gezogen. Man muss natürlich sagen, weiße Perlen kosten natürlich auch Geld. Bei mir ist halt der Vorteil, da ich sehr viel Hydra gefarmt habe, habe ich glaube ich noch, weiß ich nicht, 600, 700 weiße Perlen oder so auf Lager. Genauso wie blaue und rote Perlen. Und wenn, dann wären die Perlen genauso auf dem Markt. Kosten da, ich glaube aktuell, 4 bis 5 Kakao ungefähr. Und gut, wenn man da natürlich vielleicht, weiß ich nicht, 50 bis 100 Perlen oder so verab, das geht natürlich auch schon ins Geld. Aber hatte sie ja selber am Start. Zwischendurch meine alten Quillin-Schuhe verkauft. Die hatten 1K und 10 Crit für 18 Won verkauft. Ich glaube sogar Gewinn gemacht, ich habe die damals günstiger bekommen. Zwischendurch auf der Charmi noch die Tombola gemacht. Ich habe mit der Charmi, Ninja, Krieger und Vasu, glaube ich, Tombola gemacht. Bei der Charmi hatte ich einen ziemlich guten Loot an der Tombola rausgezogen. Also ich habe schon gesehen, Kraftstein, Mondstein, Nachtdietet, auch jeweils 20 Kaka. Wer hat den Eishalisman plus 0 rausgezogen. Ich habe mir aus Versehen den Kraftstein zugewiesen. Keine Ahnung warum, aber ist eigentlich auch total egal. Die Charmi macht eh nichts großartig. Waren aber trotzdem an dem Tag, ich glaube, 10 Won ungefähr. Also nimmt man mal mit, ne? Jetzt mal noch ein kleines Update zu meiner Cash-Aktion. Also ich habe damals im Dezember bei der 50% Happy Hour 200 Euro reingecashed. Ziel ist ja, bis Ende des Jahres durchzuhalten, bis zur nächsten Happy Hour von, also an Weihnachten. Und kurz nach dieser Happy Hour von 50% im Dezember, glaube ich, war das noch, kamen diese ganzen Itemshop-Aktionen und so weiter. Und da gab es dann Doppeldrop, 65 DR zu kaufen, 30 Tage lang. Und ich habe mich dann richtig vollgeballert damit. Also ich habe jetzt im Endeffekt ein Jahr lang Doppeldrop mir geholt. Ich wollte mir auch die dritte Hand holen, da war ich aber nicht zu Hause, da habe ich es dann leider verpasst. Ist jetzt kein großes Drama, aber es sind leider trotzdem so ein paar DR, die dann durch die Lappen gegangen sind. Und ja, falls ich noch welche frage, warum hast du dir recht für ein Jahr gekauft? Ja, ganz ehrlich, wie oft bin ich da, dass ich so einen Doppeldrop oder so in der Itemshop-Aktion mitbekomme? Da bin ich vielleicht ein bis zwei Mal ja wirklich da, ich bin ja auch arbeiten und so weiter. Und dann dachte ich so, komm Alter, pack für ein Jahr ein. Es ist jetzt kein Drama, die DR sind trotzdem gut aufgehoben, Doppeldrop braucht man immer. Zwischendurch habe ich noch gesehen, dass wir irgendwo DR gefehlt haben, also 400, 500 DR haben gefehlt hier im Zwischenstand. Und nicht so, fuck, was habe ich mir geholt, Mann, ich weiß es nicht mehr. Da fängt schon an, irgendwas durch die Lappen gegangen, habe ich schon gedacht, habe ich irgendwie bei Tombola gewürfelt oder so? Ne, habe ich auch nicht, das weiß ich ja. Keine Ahnung, was ich mir geholt habe, das ist richtig doof, richtig doof. Dann seht ihr hier nochmal den Zwischenstand, das ist jetzt heute der 1. Februar, habe ich das nur mal eingeblendet. Und dass ihr die Kontoaufladungen seht, ich glaube, das aktualisiert sich jeweils im Monat, glaube ich jetzt mal. Weil das vom, also wie gesagt, am 25. Dezember oder so, war ja die Aufladung gewesen. Und seitdem seht ihr hier, ist jetzt nichts mehr dabei. Ist schon ein guter Batzen weggegangen. Muss natürlich sagen, da war nochmal eine Heldenmedaille jetzt, die jetzt aktuell noch dabei war, der habe ich mir ja gekauft. Die Doppeldrops sind ja weggegangen, so eine dicke Autojagd und so weiter. Da habe ich, glaube ich, Seele nochmal eingekauft und ja, es sammelt sich natürlich. Ich werde nicht drumherum kommen, mir eine KDR-Rolle in Zukunft zu kaufen. Aber bis jetzt ist es noch alles okay. So, weiter geht es mit den Granatoringen. Die ziehen sich natürlich mega beim Uppen. Also auch so generell, als ich schon damals die Rubino-Ringe gehabt habe oder als ich die Maragdoringe gehabt habe und jetzt auch die Granatoringe. Alter, das zieht sich schon. Also die struggeln da wirklich auch schon auf Plus 7 rum. Normalerweise, also in der Regel nehme ich auch immer Segis auf Plus 7. Weil mit Drachensegis, dann mache ich es auf Plus 8 und Drachensegis habe ich ja jetzt hier auch nicht so 500 Stück oder so rumliegen. Ich muss ja, aber das Gute ist, ich muss sowieso immer mal Mondis aufmachen. Man kann jetzt auch sagen, pro 200 der Stack Mondis kommen ungefähr 12 Drachensegis raus. Das ist so meine Erfahrung. Und habe dann genauso, wie gesagt, auch mal Drachensegis zwischendurch auch für Plus 7 mal benutzt. Hat dann nochmal vielleicht mal so ein bisschen, hat dann manchmal so ein bisschen geklappt. Aber Plus 8, da sträubt sich das halt immer mal. Jetzt ist ja auch schon hier ein Krampf, die Dinger überhaupt mal bis Plus 7 oder so zu bekommen. Also das dauert schon, aber wie gesagt, falls noch welche fragen sollten, ja, warum hast du hier nicht gleich fertige Ohrringe gekauft? Das sind so Sachen, wie diese Granatorringe zum Beispiel. Wenn du was mit 10, diese Granatorringe mit 10 HM oder so willst, die kosten dann, also ich dachte mal, welche auf dem Markt gesehen zu haben, ich glaube zwischen 30 und 40 Won oder so. Achter Try, Fail. Mal mal auf Plus 7. Ah, geklappt, auf 8. Auch Fail. Mal mal auf Plus 7. Okay, Fail. Die sind mir da auf dem Markt einfach zu teuer. Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, das Coole war ja, ich hätte die Granatorringe noch selber rumliegen. Habe die selber rumliegen gehabt auf dem Char Plus 4 oder so blank. Habe die boniert, habe da jetzt die Granate reingehauen. Ab die selber hoch. Und habe gesagt, vielleicht komme ich ja trotzdem gut bei weg. Und das klappt. Habe nochmal 5 Switcher Plus gekauft. So ein bisschen mit der Hoffnung natürlich reinzugehen. Ja, da kommen jetzt schon 10 HM oder 15 Fail drauf. Aber jetzt abnehmen wir die erstmal weiter. Auf Plus 6 sind sie gegangen. Auf Plus 7 sind sie gegangen. Drachensiege jetzt auf Plus 8. Und Plus 8 sind sie auch noch. Das ist nice. Also die erste Phase haben wir schon mal abgeschlossen. Jetzt kommen noch die Switcher. Wie gesagt, 10 HM, 15 Pfeil oder so. Damit wäre ich schon zufrieden. Ich glaube, ich würde auch so einen Krampf wie, keine Ahnung, 5 HM, 10 Pfeil oder so lassen. Aber auch nur das. Ich glaube, wenn es dann schlechter wäre, dann würde ich es dann wahrscheinlich nicht mehr lassen. Ja, bis jetzt kamen dann nur Crabbonis leider bei Roben. Also so ein bisschen Doppeldrop und ein bisschen Untode. Ja, was willst du damit? Brauchst du nicht? Ich brauche die wirklich nur für die Grotte 3. Im Endeffekt Plus 8 geben dir schon normalen Durchschnittsschaden oder Widerstand gegen Durchschnittsschaden von 5%. Dann noch die Granate dazu. 8% DSS-Dev mit drin. Ist nicht verkehrt. Kantschuks, meine Rettung, hat ihn dann, hat dann die O-Ringe nochmal gedreht. Ich glaube, ein Dreher war das nur. Danke nochmal an der Stelle. Und er hatte 15 Pfeil. Hat mir definitiv Geld erspart, muss ich sagen. Also ich habe jetzt, glaube ich, im Endeffekt für die O-Ringe, Puh, weiß ich gar nicht, 10, 10, 12 Wondungen ungefähr gezahlt, um jetzt Granate-Ringe plus 8 mit 15 Pfeil-Dev zu haben. Bin ich zufrieden, beschwere ich mich gar nicht und weiter geht's. Ja, so euphorisch, wie ich da natürlich war, musste ich es ja ausprobieren, in die Grotte 3 zu gehen. Ich habe jetzt die Quilin-Schuhe. 2 KTP, 10 Pfeil-Dev, 15 Pfeil-Ausweichen. Heißt, ich habe 1 KTP mehr, ich habe 15 Pfeil-Ausweichen mehr, 10 Pfeil-Dev mehr. Eigentlich sogar 23 Pfeil-Ausweichen mehr, weil die Rüssi wurde ja auch noch damals mit dem Ducken plus 4 versehen. Das heißt, 23 Pfeil-Ausweichen nochmal dazu. Dann die Granate-Ringe, 15 Pfeil-Dev. Meine Smuggies davor hatten aber auch schon 15 Pfeil-Dev. Und die Granate-Ringe haben letztlich 8 DSS-Dev mit drin. Hier war ich bei so einer größeren Kammer, habe mich da mal ein bisschen ausprobiert. Aber da, das konntest du eigentlich vergessen. Ich bin da teilweise mit Segen des Lebens und so rumgerannt. Und auch mal mit Drachengott-Verteidigung, wo ich mir auch dachte, hey, Real Talk, das bringt nichts. Brauche ich gar nicht reingehen, das reicht leider noch nicht. Und habe mich dann erst mal so mit so einer kleineren Kammer mal begnügt im Nachhinein. Bin aber aus der Grotte 3 wieder rausgegangen, wollte da nur mal ein bisschen rumprobieren. Dann war ich noch hier auf dieser anderen Map, wo diese ganzen, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Map heißt. Ah, ich weiß nicht mehr gerade, wie die heißt. Namgarn-Kluft? Ich glaube, war das Namgarn-Kluft? Ich glaube, Namgarn-Kluft war das. Habe da mal ein paar Metin-Scout-Up, so eine Gammel-Quest gemacht. Hat aber nicht viel abgeworfen. Und hier kommt jetzt aber das Interessante. Auf den Jilat-Pass, ich glaube Jilat-Jilat-Pass, habe ich diese Quest von diesem NPC da, der für ein Schlanktemple zuständig ist, angenommen. Da war die erste Quest, die ich angenommen hatte, dass ich 100 von diesen Mobs töten soll, die, by the way, echt, also für mich zumindest zu dem Zeitpunkt, schon echt schwer waren. Gerade, weil ich nur den klaren Onyx drin habe. Mein Eistalismann hat Erd-Dev und Eis-Dev, aber keine Dunkelheits-Dev. Und das war halt eh so ein Mix. Na ja, gut, die Mobs haben jetzt Erde und Dunkelheit. Jetzt habe ich halt Erde da mit drin. Aber ich habe meinen Eistalismann angelassen, weil der noch ein bisschen AW gegeben hat und TP. Und habe ich mich einfach da durchgehauen. Ich glaube, im Endeffekt habe ich dann 15 bis 20 Minuten ungefähr dafür gebraucht, bis ich diese Quest dann fertig hatte. Lohnt sich aber, kann ich nur jedem empfehlen. Was aber noch wichtig ist, diese Mobs geben halt auch FKS-Schaden. Deswegen habe ich dann auch mal die Quilin oder die Ozeanschuhe noch mit angehabt. Haben ein bisschen was reduziert. Ich bin jetzt nicht auf Full-Dev gegangen, sonst hätte ich gar kein Damage mehr gemacht. Und habe dann die Quest fertig gemacht, war ja Champions-Level 4. Habe 10 Mal Drachengaard-Angriff bekommen und diese Champions-Erfahrungspunkte. Habe eine halbe Kugel dadurch gemacht. Also gerade für jemanden, der so Level 1, Level 2 ist, lohnt sich das halt immens, einfach da theoretisch mit dieser Quest einfach hochzuleveln. Das habe ich ja zum Beispiel gar nicht gemacht. Ich habe das nur jetzt einfach gemacht, weil es mich interessiert hat. Und habe das dann, by the way, noch so gesehen. Und ich so, wow, okay, nice. Da gibt es dann nochmal EXP drauf. Und dann habe ich noch die Quest gemacht für den Schlang-Tempel. Die, da musste man dann solche Eisspäne, bla, Dings dann da farmen. Ich glaube, 20 Stück waren das dann dafür. Ich glaube, im Verlauf werden es dann 15, die man farmen muss. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, könnte ich mich auch gerne korrigieren einfach. Habe das gemacht, hat geklappt. Habe nochmal EXP bekommen. Habe jetzt im Endeffekt eine Kugel da mitgemacht. Nehme ich gerne mit natürlich. Und dann war ich im Schlang-Tempel drin. Habe es mir dann mal ein bisschen angeguckt. Also ich bin da auch wirklich nur mal reingegangen, um mir das anzugucken. Jetzt nicht, weil ich da krass farmen wollte oder so. Einfach nur mal, wie das da so alles einfach so aufgebaut ist. Mal so wenigstens einen Metin-Stein hauen. Oder wenn ich mal einen Boss gefunden habe. Fun Fact. Ich habe an dem Metin-Stein, glaube ich, 9 Minuten gehangen oder so. Also ich habe am Ende Drachen-God-Dev angezogen. Ich habe da übel rumgestruggelt. Ich finde, also ihr seht da, wie viel da rumliegt an Drops. Das waren ja vom Metin-Stein, von diesen ultra vielen Mobs, die da rausgespawnt sind. Und da kommt so unfassbar viel raus. Also wenn du da ohne ein Aufheberpad drin bist, was ich da festgestellt habe, weil ich da keins habe, dann struggelst du da übel rum. Also ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es hier Leute gibt, die ohne ein Aufheberpad hier farmen. Also wenn, dann wirklich Respekt, Leute. Also das ist ja ein unfassbarer Aufwand, einfach da das ganze Zeug aufzuheben. Hat gedauert. Aber ich habe den Metin-Stein geschafft. Yeah, Meilenstein. Und ja, das war es aber jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Mal gucken, was im nächsten Video dann kommt. Und ja, ich bin durch. Haut rein. Oh, 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 oh.